So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich wollte ich heute nämlich diesen Mega-Absol, also das Mega-Absol-Video hochladen. Hab dann gedacht, oh mein Gott, jetzt ist schon wieder was Neues angekündigt. Jetzt müsstest du das heute machen, das Mega-Absol verschieben oder du machst Mega-Absol und machst das dann halt am Donnerstag. Am Donnerstag ist es wieder alt, dann weiß es wieder jeder. Also müssen wir natürlich wieder mehrere Sachen an einem Tag machen. Aber ist nicht schlimm. Aber Donnerstag nämlich eh schon wieder was anderes übrig und dann überfordern wir euch heute wieder und hauen einfach tausend Videos raus. Plus Stream und plus alles andere. Gleichzeitig habe ich auch, ich hoffe ich habe das hier noch, jetzt mal eine Übersicht rausgehauen. So eine Wochenübersicht, weil viele immer nicht durchblicken, hä, wann ist was, wann ist der nächste Stream, wie geht es weiter, wann ist Raids für Zuschauer, wann machst du Darkrei, wann gibt es Absol. Jetzt habe ich hier das mal so gepostet. Guckt euch das mal an im Community-Tab. Schreibt mal eure Meinung drunter, wie ihr das findet. Findet ihr das cool, findet ihr das nicht cool? Wenn, dann könnte ich nämlich jetzt immer montags, wenn ich ungefähr einen Plan habe, wie die Woche abläuft, immer die Wochenübersicht posten für euch, dass ihr wisst, aha, morgen gibt es das, Donnerstag gibt es das, Freitag gibt es das, Samstag gibt es das, dass das alles, gerade weil diese Woche besonders ist, weil es einen Freitag-Stream gibt und eben weil es Samstag die Safari-Zone Philadelphia gibt. Normalerweise habt ihr Samstag, Sonntag ja immer Raids für Zuschauer, jetzt habt ihr Samstag, Sonntag was anderes, Freitag zusätzlich was, dann hier noch das, dann hier noch dort, dann jenes. Also es ist dieses Mal wieder eine vollgestopfte Woche, sagen wir mal so. Und ich finde es richtig genial, was ihr hier auch seht, dass man momentan, bzw. dass man mittlerweile gar keine anderen Seiten mehr braucht, sonst musste man immer warten, bis Pokémon Go Live News rausgehauen hat und irgendeine Seite sich hinsetzt und diese News verarbeitet und in den eigenen Artikeln nochmal verfasst, plus schöne Bilder dazu macht, dass das nach was aussieht, ja. Die anderen Seiten hängen aber so weit hinterher oder geben sich gar keine Mühe mehr, machen gar keine Bilder mehr, alles. Und jetzt hat es Pokémon Go Live geschafft, wenn sie selber ihre News veröffentlichen, dass das einfach anschaulich ist. Das haben wir letztens schon gehabt bei dem November-Kalender, alle Events und alle Sachen, die im November erscheinen und jetzt habt ihr das auch wieder. Guckt mal, ihr habt ein schönes Bild, was einfängt und was geht es. Feiert den Dia de Muertos in Pokémon Go. Also der Tag der Toten oder auch Tode Hose in Pokémon Go, je nachdem, wie gut oder schlecht das Event wird. Und ihr habt das so übersichtlich hier, die Event-Boni, Sammelherausforderung, Go-Kampftag. Ihr habt hier Bilder sogar von den wilden Pokémon. Ihr habt Bilder für Rauch-Lock-Module, was da erscheint. Ihr habt Feldforschungsaufgaben. Ihr habt das alles so schön einzeln abgegliedert. Das finde ich so genial. Und frage mich, warum die das nicht die ganze Zeit schon so gemacht haben. Das ist doch das Beste, was sein kann. Wir befinden uns außerdem immer noch in der Quarantäne. Man hört es immer noch krank, alles. Es geht eigentlich einfach gar nicht mehr weg. Und ich habe gemerkt, vorhin, als ich was Dunkleres wieder anhatte, dadurch, dass jetzt auch noch der Bart weg ist, ist mein Gesicht so komplett weiß und überlichtet, es geht nicht. Du musst was Weißes anziehen, damit das Gesicht nicht einfach nur sieht aus wie der Lucky Hintergrund bei Pokémon. Total scheiße, also. Ja, und jetzt wollen wir mal kurz gucken, was ist denn der Dia de Muertos? Kann das was? Ist das was Gutes? Das Bild sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das T-Shirt, was es da dazu gibt, finde ich auch richtig stark, richtig genial. Habt ihr schon mal vom Dia de Muertos gehört? Dieser Feiertag wird in Mexiko und anderen Teilen Amerikas gefeiert, um verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern zu gedenken. Aber es ist ja gleichzeitig bei uns auch irgendwie der Allerheiligen oder sowas. Totensonntag? Irgendwas? Ist das wieder was anderes? Ich halte mich bedeckt mit Infos. Auf jeden Fall, weil das gibt es ja trotzdem auch überall. Nur bei denen wird das halt richtig heftig gefeiert. So, yeah, alle sind tot, es geht ab. Und dann haben sie die Pokémon rausgekramt und deswegen habt ihr vom Montag, ja, so viel zum Totensonntag, habt ihr am Montag den 1. November 10 Uhr bis zum 2. November 22 Uhr Ortszeit, nämlich ein kleines Event. Also Montag und Dienstag läuft das. Von 10 Uhr Montag bis Dienstag 22 Uhr Ortszeit. Dia de Muertos. Schreibt's euch auf. Also nächstes Montag halt. Einfach so. Ihr dürft euch auf folgende Boni freuen. Logmodule halten 90 Minuten lang. Nicht mehr halbe Stunde, nicht eine Stunde, sondern 90 Minuten Logmodule, 90 Minuten Rauch und doppelter Fangsternenstaub, ja. Wie in einer Spotlightstunde mit Doppelfangstaub, nur halt einfach komplett zwei Tage lang. Ist sicherlich eine feine Sache. Es gibt eine neue Sammlerherausforderung. Nutzt die Sammlerherausforderungen während des Events, um euren Pugedecks weiterzufüllen. Wenn ihr die Sammlerherausforderungen zum Dia de Muertos bis zum Ende des Events abschließt, begegnet ihr einem Ninja Tom und erhaltet einen Knursp und einmal Rauch. Auch Knursp, auf jeden Fall feine Sache. Ist ein sehr begehrtes Item, was man natürlich nimmt, um den Buddy zu erregen und auf Best Buddy zu trimmen. Und gibt's ja auch Medaillen, wenn ihr so viele Best Buddies habt. Knursp, immer gute Sache. Müsst ihr nicht kaufen, kriegt ihr auch manchmal so, wie ihr hier seht. Rauch, auch feine Sache. Ihr verbraucht bestimmt 50 Rauchs. Und kriegt dann ein Rauchs zurück. Immer schön, S hinten dran hängen, klingt lustiger. Go-Kampftag am Montag, 1. November von 0 Uhr bis 23.59 Uhr. Also den ganzen Montag über, stellt ein kampfstarkes Team zusammen. Denn es gibt folgenden Bonus. Vierfachen Sternenstaub für Siege. Wir sind ja jetzt gewechselt in die Hyperliga wieder. Die Hyperliga finde ich auf jeden Fall besser als die Superliga. Meisterliga Beste, dann Hyperliga, dann Superliga. Jetzt wurde gewechselt. Ihr könnt trotzdem noch den Halloween Cup spielen. Bis zum 1., bis zum 5., bis zum keine Ahnung was. Ich glaube trotzdem nur bis zum 1. Der Halloween Cup dürfte also dann nicht mehr da sein, oder? Der Halloween Cup ist in der Go-Kampfliga noch bis zum Ende dieses Events verfügbar. Also läuft er bis, auch während des Kampftages. Ja, ihr könnt also weiterhin Halloween Cup spielen. Ihr könnt aber auch normal Hyperliga spielen, alles. Und es gibt vierfachen Sternenstaub für Siege. Viele sagen, er spielt GBL wegen Sternenstaub. Habe ich nie verstanden. Da ich ja immer verliere, kriege ich auch keinen Sternenstaub. Jetzt gibt es vierfachen. Das klingt auf jeden Fall schon richtig brutal. In der Meisterliga, wenn man da wirklich mal ein Package gewonnen hat, weil der oben so ab dem Ass rang, da sah es gut aus. Hast du wirklich gemerkt, es gibt Staub. Ja, es gibt wirklich Staub. Und vierfach jetzt klingt auf jeden Fall richtig brutal. Schade, dass jetzt keine Meisterliga ist. Werdet ihr den Go-Kampftag spielen? Bestimmt. Viele von euch, denke ich mal. Wilde Pokémon, ne? Ist nämlich wichtig. Am Tode-Hose-Event gibt es folgende wilde Pokémon. Tragosso, Sonnenkern, Kramurx, Hunduster, Zorbiris, Roselia und alle können auch Shiny sein. Mit Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Sonflora, Driftlon, Makabaya. Sonflora, die Weiterentwicklung also vom Sonnenkern, aber nicht als Shiny in der Wildnis verfügbar. Aber wenn da eh Sonnenkerne rumsitzen und ihr da eins habt, könnt ihr ja da eins entwickeln. Kramurx, Kramschäf, guter Undichtangreifer noch dabei. Hunduster vielleicht, ja auch für Hundemon da Megaenergie noch mitnehmen. Zorbiris ist auch ein cooles Shiny. Roselia wird zu einem guten Pflanzen- oder Giftangreifer. Sind eigentlich recht interessante Pokémon dabei. Diese besonderen jetzt hier, Makabaya. Ich meine, Makabaya sitzt während des ganzen Halloween-Events schon rum. Jetzt mit etwas Glück begegnet ihr sogar mal eine Makabaya. Finde ich jetzt gar nicht so verlockend und Driftlon. Jomai, ne? Also so wildes Sonflora klingt dann schon irgendwie heftig, obwohl es jetzt auch nicht unbedingt so nützlich ist. Trotzdem, das sind die Pokémon. Welche feiert ihr? Begegnungen durch Rauch und Lockmodule. Also Rauchzünden habt ihr noch über 300 Lockmodule an und dann begegnet ihr. Hey, Tragosso, Sonnenkern, Kramurx, Hunduster, Zorbiris. Ist irgendwie alles wie oben das, ja? Plus Driftlon und Sonflora. Und diesmal mit etwas Glück. Aber auch Makabaya schon wieder. Hä? Oder Alola Knogga. Alola Knogga, finde ich hingegen richtig cool. Kriegt ihr ja sonst eigentlich nur aus Raids. Hattet ihr auch den Kampftag natürlich, also den Alola Knogga Raid Day. Jetzt aber dann aus Rauch- oder Lockmodulen Alola Knoggas, die shiny sein können. Finde ich, ist ein Highlight auf jeden Fall. Makabaya wieder hier übelst selten mit etwas Glück, mit etwas Glück, ja, ja. Aber hier heißt es bei den Wilden mit etwas Glück Sonnenflora. Und hier aus Rauchmodul ist das im Prinzip sogar vermehrt, dass das auftritt. Also ist das doch nicht mehr so speziell und brutal. Alola Knogga, aber bis jetzt mein Highlight auf jeden Fall. Schön aus dem Rauch-Lockmodul vielleicht ein paar Alola Knogga-Farm. Äh, noch ein gutes mitnehmen. Ich habe, glaube ich, ein Hunderter damals bekommen bei dem Raid Day. Shiny sind auch am Start. Da lockt mich jetzt also eigentlich nix. Pokémon bei Feldforschungsaufgaben. Dragosso, Sonnenkern, Roselia. Also eigentlich auch dasselbe, was es wild gibt oder im Rauch gibt und mit etwas Glück. Alola Knogga. Der hat es uns angetan, aber der passt halt wirklich gut dazu. Kostenlos, Eventbox und Avatar-Shirt. Eine kostenlose Eventbox mit 20 Pokebellen und einmal Rauch. Nutzt den einen Rauch, um die Sammelherausforderung abzuschließen. Dann kriegt ihr nämlich davon nochmal einen Rauch und dann habt ihr zweimal geraucht. Das sind dann drei Stunden. Ein kostenloses T-Shirt zum Dia de Muertos für euren Avatar. Und guckt euch das mal an. Sieht das nicht fetzig aus? Diese Neonfarben da drauf, wie krass das aussieht, finde ich auf jeden Fall stark. Das werde ich mir auf jeden Fall anziehen. Pokémon Rampenlichtstunde, Dienstag, 2. November. Das fällt ja da auch noch rein. Am Dienstag ist Tuska in der Rampenlichtstunde. Also nächste Woche Dienstag. 18 bis 19 Uhr. Und das Event geht ja bis 22 Uhr. Das gehört also auch da dazu. Auch das Kaktus-Pokémon Tuska nimmt an den Feierlichkeiten teil. Also schnappt euch viele Tuska. Als Bonus gibt es doppelt so viele Fangbonbons. Fangbonbons. Okay. Da ist aber dann das Halloween-Event schon um. Und dann gibt es weiter trotzdem noch Fangbonbons. Eben für Tuska. Forschungsdurchbruch hier. Skalük ist immer noch dabei. Denkt dran, dass das... Also dass das reinkommt. Denkt dran, dass das Windel-Pokémon Skalük ab Montag, dem Ersten, bei Forschungsdurchbrüchen erscheint. Ab 22 Uhr. Also wenn ihr Skalük unbedingt braucht, nehmt es halt mit. Dann ab Montag. Das war's im Prinzip schon. Das T-Shirt, wie gesagt, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Alola Knogger da aus dem Rauch, aus den Forschungsaufgaben, aus den Modulen eventuell. Finde ich auch sehr cool. Ihr könnt auch ein paar Bonbons fahren für ein paar bestimmte Pokémon. Ihr könnt auf Shiny-Suche gehen. Schreibt einfach mal rein, was ihr braucht. Wer jetzt nicht so auf die Pokémon gehen will, der kann in der Go-Kampflieger schön Staub sammeln, Staub farmen. Und ansonsten, wer eine gemütliche Session zu Hause mal mit Rauch machen will, der dann auch länger hält, ist das doch eine feine Sache. Vor allem, weil es ja auch einen Rauch kostenlos gibt. Sieht alles auf jeden Fall gut aus. Ist nichts großartig Besonderes. Es gibt auch nichts Neues. Aber es gibt trotzdem halt was, was es sonst nicht gibt. Ja? Und was das ist, könnt ihr jetzt mal reinschreiben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses.